Was geht ab, liebe Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Ihr seht es schon, wir spielen Need for Speed, der neueste Ablieger der Need for Speed Reihe, logischerweise. Und dieses Jahr so eine Art Reboot. Es geht wieder so ein bisschen mehr in die Underground-Richtung mit Tuning und Spoiler und so eine Kacke. Richtig geil. Wir spielen jetzt hier die EA Access Version auf der Xbox One, deswegen auch ein paar Tage früher vor dem Release. Und ich würde sagen, ja, wir fangen gleich mal an. Wenn ihr Bock habt auf das Let's Play, dass wir es ein bisschen länger durchziehen, lasst auf jeden Fall Feedback da. Ja, ja, lasst auf jeden Fall ein paar Likes da, haut schön auf den Like-Button, checkt auch gerne mal meine Facebook-Beziehungsweise am besten noch meine Twitter-Seite ab, um auf dem laufenden Stand zu sein für neue Let's Plays und so weiter. Jetzt aber genug, fangen wir an. Ich bin sehr gespannt, denn das erste Gameplay und alles, was man da gesehen hat und die Ankündigung, die hat auf jeden Fall schon Bock gemacht. Denn Underground und so weiter, ich weiß nicht, wie es euch geht, Underground 1, vor allem auch den Underground 2, super geile Sache. Und viele haben ja schon gedacht, es wird jetzt Underground 3, wo es dann in dem Sinne nicht, aber wir wollen mal gucken, wie weit die ganzen Tuning-Möglichkeiten gehen hier. Underground 3, wo es dann in dem Sinne nicht, wie weit die ganze Zeit ist. Das war fest. Bilde Sache, Bro. Oh Mann, die Cops. Entspann dich, die sind noch Blocks entfernt. Du hast keine Bewährung, ich bin raus. Weichei! Ha! Junge, du musst dir das unbedingt ansehen. Ein paar große Namen sind in der Stadt, ich bring dich zu meinem Kumpel Travis, der will ein paar wagenlos werden, Mann. Kein Scheiß. Höchste Zeit für ein Upcrash, ich sag's dir. Ich bin Spack. Ich seh dich doch, okay? Oh shit, was habe ich denn da für eine Karre? Jo, hier ist Spike. Dachte, ich ping dich mal auf Plan. Wow, hier geht's echt ab. Heute Abend sind ein paar wichtige Persönlichkeiten in Ventura. Also halt die Augen offen, wenn du kommst. Der Ort ist schwer zu finden. Absichtlich, verstehst du? Okay, ich hab dir einen Link geschickt. Check deine Karte. Alles klar, wir sehen uns. Alles klar, Boy. Dann schauen wir doch mal. Und ich hab jetzt schon leichte Befürchtungen, dass... Oh shit, dass hier wieder diese möchtigen Gangster-Deutsche Sprache gesprochen wird. Ja, mal gucken. Die können nämlich so Ghetto-Sprache oder auch dann vor allem Filme, die mit Schwarzen spielen. Ja, beispielsweise dieses Jahr Straight Autocompen. Das können sie nicht so geil auf Deutsch übersetzen. Ich meine, wir haben eine gute Synchro-Kultur und so weiter. Gute Synchros meistens. Aber solche Sachen, so Street-mäßig, das wird meistens so peinlich. Yo, dope ass shit, man. Bro. Bro. Oh, cool. Man, du bist echt da. Siehst schick aus, Mann. Das ist gut. Ein paar wichtige Leute sind da. Komm mit. Ich bring dich zu meinen Jungs. Komm mit. Oh, wer hat sich denn da verirrt? Wer ist Bambi? Unser Bambi hier hat einen 150 Meter Drift rausgehauen auf der I-5-Kreuzung bei Tana, Mann. Oh, der Kleine dreht auf, das ist echt krass. Muss so gewesen sein. So high war mein Spike nicht mehr seit... Er ist immer so high. Ja, und dafür liebst du mich. Robin. Viel Glück und bleib dran. Vertrau mir, er passt hier gut rein. Weißt du was? Ich stelle ihm sofort Travis vor. Vielleicht gibt er ihm einen Wagen, der uns nur Platz kostet. Komm mit, Mann. Was geht ab, Ames? Nichts. Das ist Amy. Ist der nicht toll? Uh, hab dich auch lieb. Travis! Yo. Du musst jemanden kennenlernen. Ach ja? Zeig mal, wieso. Du hättest ihn sehen müssen. Seine Kontrolle ist der Hammer. Tja. Du bist wohl aufgefallen bei unserem Speed Racer hier. Echt, Mann. Er ist ein Hammerfahrer. Du kommst zum richtigen Zeitpunkt. Da ist gerade ein Top-Talent in der Stadt, das groß rauskommen will. Besser geht's nicht, Bruder. Jetzt oder nie. Der beste Zeitpunkt, um ein Projekt zu starten. Was auch immer in deinem Inneren vorgeht. Es ist Zeit, es da draußen zu zeigen. Fordere sie zu einer Testfahrt. Vielleicht lässt dir einer der Bastarde eine Chance. Jo. Ja. Ist ja klar, welche Karre ich nehme, oder? Subaru, würde ich sagen. Obwohl, Honda Civic ist auch ein schlechter, an sich. Aber ich nehme den Subaru. Obwohl, ja, kann ich eigentlich? Ja, kann. Ich kenne den Werkstatt. Jo. Willkommen im Clan, Bruder. Du steigst auf. Das Gerät ist heiß, oder? Komm schon, Engst. Du musst sie dir unbedingt anhören. Sie muss schnurren, wie es sich gehört. Was geht, Mann? Bitte, bitte. Sie steht gleich draußen. Wie gesagt, mir zahlen Kunden ohne Sicherheit den vollen Preis dafür. Also, ist das so, ja? So ist es. Warte. Hier. Wow. Wow, also, da geht's mir gleich viel besser. Ich mach's wieder gut, das weißt du. Du weißt, dein Dad macht's wieder gut. Pass auf, die Jacke kostet 1200 Mäuse. Als ob, Mann. Das ist Öl, Mann. Ist verdammt egal, ob du der beste Fahrer weit und breit bist. Was sie betrifft, ohne Moos ist bei ihr wirklich nichts los. Sehr poetisch. Und das ist sogar richtig. Also, bereit für ein paar Hausbesuche? Komm mit, Mann. Ich seh dich vorne. Dann gehen wir auf Tour. Ja. 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 Also, bisher hält sich das ja mit der Peinlichkeit umgrenzen. Geht eigentlich. Ich finde es eigentlich ganz cool, auch so mit echten Schauspielern. Also, ob die krass Schauspielern können, das werden wir bald noch sehen, aber. Die anderen warten auf uns. Lauf geht's. Hoho. Moment. Ach, das pausiert gar nicht. Was ist das denn für ein Bullshit? Was ist das denn? Ich wollte mal Untertitel anstellen. Das ist ja scheißen Dreck. Scheißen Dreck. Jetzt hab ich natürlich ein paar Meter verloren, aber let's go, Mann. Und tschüss, Amy. Loser. Und tschüss, Spike. Loser. Alter, warum sind die so langsam? Alter, Spike. Wow, bricht der Wagen plötzlich aus. Alles klar. Hohohoho, sorry. Kann ja mal passieren, wa? Jetzt bin irgendwie ich der Loser. Was ist weiter, du? Verpiss dich! Willst du mich verarschen? Was ist das denn? Hä, die ist doch voll übertriebener Rangel-Rumped. Hey. Du überlebst dein zweites Rennen gegen Spike? Hab dich wohl unterschätzt? Überlebt? Nee, nee. Spike ist kaum mitgekommen. Oh, sorry. Nicht kaum. Nein, nein. Er war der Loser. Ach, laber doch nicht. Emanuel. Emanuel. Schwing deinen Hintern her zu uns. B, F, 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 F. Hallo, Ladies. Was? Keine Umarmung, Mann? Komm schon, hey. Ich will doch nicht diese dünne Bohnenstange hier kaputt machen. Komm, Kleiner. Komm in meine Arme. Wuhu! Lass dich von seinem Aussehen nicht täuschen. Der Kerl ist echt flink am Lenkrad. Ich bin Emanuel. Aber das sind wohl zu viele Silben für diese Leute. Nein, nenn mich Merno. Oh, starker Griffmann. Hey, das ist Fred, der norwegische Hammer. Was geht, buddy? Frederick. Also, machen wir heute noch was oder stehen wir nur rum und lästern über Spike? Ich bin für beides. Große Klappe. Wer hat Hunger? Ich habe kaum was gegessen heute. Ich verhungere. Ernsthaft? Wo packst du das nur hin? Du isst, was er essen soll. Genau, Robin. Noch mehr essen und du setzt voll auf. Halt die Klappe. Gut, Schlauberger. Der letzte am Diner gibt mir einen aus. Nein, nein, nein. Der letzte am Diner gibt allen einen aus. Trinkt man heutzutage solche Frisuren? Oder bin nur ich derjenige, der meint, dass sie unnummer beschissen aussieht von den einen Typen? Halt deine Kohle bereit, Spike? Genau, Spikey. Hm. Ich hole mir einen von diesen tollen Burger. Falsch gedacht, ihr Trottel. Alles klar. Ja, also ich kann sie erst noch nicht bestätigen, aber gerade eben ist die alte doch übertrieben da in die Bande reingedriftet. Oder ich habe sie besser gesagt da reingeprügelt. Und dann, 100 Meter später, ist die schon wieder neben mir und überholt mich fast. Kann das vielleicht angehen, dass es hier ein Gummiband-Effekt gibt vom allerfeinsten Niveau? Das wäre ja direkt schon mal Scheiße. Um es deutlich zu sagen. Aua! Jetzt habe ich es voll verkackt, Mann. Jetzt muss ich zahlen, Mann. Das habe ich ja übertrieben verkackt. Oh Mann, ey. Ohne Filter. Keiner bestellt für mehr als fünf Mäuse. Das ist ein Deiner. Alles kostet mehr als fünf Mäuse. Und kein Dessert, Mann. Ich will jetzt draußen mir einen Gegner suchen. Warte nur noch auf die Info bezüglich Location. Ich bin dafür, wir fahren zurück in den Club. Du musst mitkaufen. Warum? Die Straßen sind gut und die Nacht ist jung. Ich fahre Rennen heute Nacht. Nee, ich fahre zurück zur Werkstatt. Willst du nicht mitkommen? Wir machen dir ein bisschen Platz. Sie putzt dich fein raus, Bro. Alphasüchtig, Spikey. Ja, so wie auf die Leute, die sich ans Tempolimit halten. Hat jemand Travis gesehen? Oh ja, er musste jemanden treffen. Da kann man nichts machen. Magnus Walker ist in der Stadt. Habt ihr ihn mit Travis gesehen im Club? Oh, deshalb hat Spike es so eilig. Er hat noch einen Date. Einen Date mit dem Schicksal, Mann. Heute geht's ab. Und du kannst uns zeigen, was du so drauf hast, ja? Ja, Mann. Okay, Rap und Cash. Es gibt die Virtura bei 5 Arten zu spielen und Rap zu verdienen. Achte während der Fahrt auf den... Okay, dann halt nicht. Hier ist Ames. Hab's ganz vergessen. Da waren komische Geräusche an deinem Wagen. Oder vielleicht war es der von Spike. Äh, ja, es war der von Spike. Was soll's. Ich bin in der Garage. Komm vorbei, kannst hier ein bisschen schrauben. Okay, bis später, amigo. Wenn du deswegen schrauben ja oft an dasüber. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, das ist ja, ach stimmt. Das ist ja so dieses Challenge-Ding und so weiter. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich für meinen Teil, ich brauche das echt eigentlich nicht. Ich brauche sowas eigentlich nicht. Aber egal. Schauen wir erstmal, schauen wir erstmal, ja? Oh, okay, durch Zerstörung kriegt man auch. Ich habe es nicht zu Ende gelesen, also ich habe jetzt nicht gelesen, wie ich Rap bekomme. Muss ich mir später selber mal ein Video angucken oder selber mal pausieren. Boah, das ging jetzt so schnell. Wahrscheinlich driften auch, oder? Wenn man driften könnte, ich lasse es lieber. Aber gut aussehen tut es ja bisher für mich. Ich finde es auch ziemlich geil, wie die Lichter hier auf den Asphalt glänzen. Und reflektieren und alles hier. Was macht der denn für eine Haraki-Reaktion? Ah, achso, okay, du levelst den auf. Das ist natürlich auch ganz gut zu wissen. Gegenverkehr. Oh, shit. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Scheißdreck. Bleibt doch ruhig. Das ist alles cool hier. Achso, wenn ich den rechten Stick drücke. Das ist ja nicht so. Das habe ich vorhin einen Schnappschuss gemacht, außer der. Warum auch immer. Ich teste nochmal kurz rum, so ein bisschen noch. Okay. Ja, mal gucken. Mal gucken, Leute, wie das Spiel wird. Ich mache den ersten Part auch mal ein bisschen länger, dass wir alle direkt mal erst einen Eindruck bekommen. Und wie gesagt, ich spiele das als EA Access Version. Es wird trotzdem Fragen geben. Achtet gerne selber mal in den Kommentaren darauf. Es wird trotzdem Leute geben, ey, wie kannst du das jetzt schon spielen? Voll die heftigen Tweets. Apropos Tweets. Wie gesagt, checkt mal gerne meinen Twitter ab. Ich höre dich rumschleichen. Finger weg von meiner Playlist. Ich warne dich. Oh, hey. Travis sagte, du hast ein paar Wagen selbst gebaut und... Das ist cool. Das ist cool. Okay. Eine Regel. Du kannst alles benutzen. Kein Ding. Leg's bloß zurück, wo du's her hast. Ansonsten zog dich ruhig aus. Oh, oh, das ist mein neues Projekt. Hier. Hör dir den Sound an, Mann. Das hier wird mein Meisterwerk werden. Das kann ich fühlen. Ich will ihn fertig haben, bevor Naka-san die Stadt verlässt. Lob von einem Künstler wie ihm macht diesen Laden zum Geheimtipp, weißt du? Okay, also, das war's. Ich verschwinde. Treffe vielleicht Spike. Äh. Oh, Travis hat die Wagen umgesetzt und Platz für dich gemacht. Du solltest ihn nehmen, sonst ersetzt er den Schrott. Mit mehr Schrott. Das ist, das ist eine gute Gelegenheit, den Kopf frei zu bekommen. Plane deinen Bau. Lenke deine Vision. Wow. Jetzt klinge ich schon wie Travis. Okay. Hey, ich gehe. Ich bin raus. Ähm. Viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns noch, ja? Oh, und ähm. Tu die Sachen zurück. Cool. Bis dann. Okay. Heimat ist, wo dein Auto ist. Willkommen in deinem neuen Zuhause. In deiner Garage kannst du Teile abholen, die du gefunden oder im Tagesschau. poo ruhig. Ich habe ganz vielen downside stehen. Ich geh souven Mut olm. Wie ruhig. productsach. Und jetzt fast die Sachen entspollt. αυτό. Noch Musik. stuffy. kerre пит Diek. Kling. Vielen Dank. 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 Ach ja, ich bin in einer offenen Lobby drin, einfach so, gell? Also davon bin ich kein Fan, das kann ich jetzt schon mal sagen Bin ich kein Fan von, brauche ich einfach überhaupt nicht Ey Geht's dir zu gut, Junge, du Pissar Also Ja, wie gesagt, ein, zwei Videos werde ich noch auf jeden Fall aufnehmen Und dann liegt es halt an euch Wenn ihr Bock habt, Interesse zeigt, Feedback gibt, Unterstützung Dann kann es natürlich auch ein bisschen weitergehen Ja, ansonsten, erster Entwurf sieht cool aus Steuert sich ganz angenehm bisher Aber man kann noch nicht so viel sagen So, das war's Das war's jetzt aber wirklich Leute, danke fürs Zusehen Danke fürs Unterstützen, was wahrscheinlich einige wieder machen werden Und wir hören uns dann beim nächsten Mal Haut rein, tschüss